Hallo, ich bin Lisa Sprenger von Mimobile und ich stelle Ihnen heute den neuen Carman vor, den Dexter 560 auf Allradbasis von Ford mit starken 170 PS. Mit diesem Fahrzeug haben Sie im Urlaub auch abseits der normalen Straßen richtig Spaß. Das besondere Angebot. Sprechen Sie mit uns. Early Bird. Junge gebrauchte Reisemobile, fast neu, aus der aktuellen Saison, so günstig und nur bei Mimobile. Hallo, mein Name ist Matthias Sprenger von Mimobile. Wir sind exklusiver Händler von Euramobil und Carman und beschäftigen uns vor allem mit dem Abverkauf von Gebrauchtfahrzeugen aus einer großen Mietflotte, aus der Flotte der deutschen Reisemobile. Deutsche Reisemobile ist ein Tochterunternehmen von Euramobil und hat allein die Aufgabe, jedes Jahr 300 Euras und 100 Carmener über den Umweg Vermietung in den Markt zu bringen. Dieses Programm nennen wir Early Bird. Je früher man kommt, desto günstiger der Preis, desto größer die Auswahl und wir haben eine relativ kurze Lieferzeit mit Auslieferung im Oktober. So, wir sind jetzt im Sechster 560 innen drinnen, in der Sitzecke. Man kann hier herrlich sitzen. Wir haben hier noch einen zusätzlichen Einzelsitz. Dazu kann man den Tisch auch ausschwenken, dann sitzt er auch noch mit dran. Den Tisch kann man auch absenken und daraus ein Bett bauen und auch außen einhängen. Also der ist sowohl Tisch für innen als auch Campingtisch für draußen. Wir haben einen schönen 2-Flammen-Gaskocher, nebendran die Spüle. Auch schön, wir haben überall Schubladen, gut zum Stauen, hier oben auch nochmal und einen Kühlschrank mit Eisfach hier oben. So, dann kommen wir zum Bad. Für die Dusche hier gibt es einen Vorhang, der oben eingehängt ist zum Rumziehen und als Duschkopf wird einfach der Wasserhahn rausgezogen, verlängert. Der Holzrost auf dem Boden, das ist einfach für ein angenehmes Laufgefühl, dass sie nicht rutschen, kann auch während dem Duschen drinnen bleiben und nach dem Duschen stehen sie dann nicht unten im Wasser, sondern oben drüber auf dem Holzrost. Wir haben hier hinten ein schön großes Doppelbett quer, drunter mit viel Stauraum. Optional kann man das Bett auch hochklappen und an dem Gurt hier befestigen, dann können Sie hier auch Fahrräder reinschieben, dann hat man die Höhe. Unter dem Bett befinden sich auch noch Stauschränke, die dann zugänglich sind. Der Stauraum ist sehr flexibel einteilbar, den Boden kann man rausnehmen, dann können Sie hier höhere Sachen stauen, auch die Trennscheibe nach vorne kann man rausnehmen, wenn Sie lange Sachen durchschieben wollen, also total flexibel. Alle Dexter 560 Early Bird sind mit Markise, Fahrradträger und Rückfahrkamera ausgestattet. Alle haben 170 PS und Allrad, sowie den Frontschutzbügel. Wir haben verschiedene Farben und auch verschiedene Mediapakete. Ja, hoffentlich haben wir jetzt Ihr Interesse geweckt und wenn dem so ist, rufen Sie uns doch einfach an und verabreden einen Termin. Wir sind ganz in der Nähe von Stuttgart, 15 Minuten weg vom Stadium, direkt an der B29 zwischen Fellbach und Schorndorf. Wir sind ganz in der Nähe von Stuttgart.